Hallo und moin moin zu diesem kleinen Auftragsgrad für New Pokémon Snap. Heute zeige ich euch den Auftrag Unnachahmliche Eleganz. Diesen Auftrag könnt ihr im dichten Dschungel bei Nacht auf Level 1 erledigen. Für diesen Auftrag müsst ihr einige Kleopada triggern, um euer Foto im zweiten Abschnitt schießen zu können. Am Anfang müsst ihr als erstes einen Apfel auf das Kleopatra werfen, das oben auf dem umgefallenen Baumstamm stehen bleibt. Dann müsst ihr das Arbok mit drei Äpfeln vom Baum werfen, um das in der Nähe schlafende Kleopatra zu wecken. Auf der rechten Seite befindet sich zusätzlich noch ein Kleopatra, das ihr mit einem Luminarball bewerfen müsst. Kurz vor dem Teich befindet sich auf einem Felsvorsprung hinter einer Baumkrone links ein schlafendes Kleopatra. Das müsst ihr mit der Pokeflöte wecken. Folgt dem Kleopatra Und sobald es sich mit den anderen trifft, müsst ihr auf das vordere einen Luminarball werfen. Nun werden alle auf den Hinterläufen stehen. Dies müsst ihr fotografieren. Dieses Foto müsst ihr am Ende beim Professor abgeben und auswählen, um den Auftrag abzuschließen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.